Denn die närrische Zeit des Jahres, die hat nun mal ihren Höhepunkt erreicht. Nach den Karnevalsfeiern vom Wochenende ging es am Rosenmontag weiter, auch im Zwickauer Robert-Schumann-Haus. Wie in jedem Jahr lud die Einrichtung an diesem Tag zum Kinderfasching bei Schumanns ein, obwohl der große Sohn der Stadt Zwickau diesmal nicht im Mittelpunkt stand. Das Zwickauer Robert-Schumann-Haus war zum gestrigen Rosenmontag wieder fest in närrischer Hand. Bereits zum zehnten Mal wurde zum Kinderfasching bei Schumanns eingeladen. Roberts Karnevalskompositionen standen diesmal allerdings nicht im Mittelpunkt. Sondern von seinem Zeitgenossen, dem Komponisten Saint-Saëns aus Paris. Es kommt auch Schumann vor, also wir haben einfach mal gesagt, wir machen jedes Jahr ein anderes Motto. Wir machen das jetzt seit zehn Jahren und dieses Jahr ist das Motto Karneval der Tiere. Und da hat Saint-Saëns ja diese wunderbare, ja eigentlich Orchesterkompositionen geschrieben. Die spiele ich in Klavierarrangement, beziehungsweise ein Stück, der Schwan, passend zur Schwanenstadt Zwickau. Das werde ich auch mit der Frau Fleischhauer, die im Orchester hier Theaterplan Zwickau spielt. Die hat ganz spontan heute Morgen zugesagt, als ich sie angerufen habe. Sie macht das mit, das finde ich ganz super. Und so werden wir den Schwanen dann mit Schelle und Klavier spielen können. Bei den Kindern kam die etwas andere und ausgesprochen bewegliche Einführung in den tierischen Karneval von Camille Saint-Saëns super an. Die Kinder hüpften als Känguru durch den Saal, verwandelten sich in einen Elefanten und tanzten als Schwanen mit Luftballons. Jellistin Regina Fleischhauer spielte dazu mit einer Schwanenfeder und wurde von einem klavierspielenden Esel begleitet. Ja, ja, weil wir ein bisschen versucht haben, natürlich auch die Tiere, die bei Saint-Saëns vorkommen, hier abzubilden. Und da gibt es einen Satz, der nennt sich Personen mit langen Ohren, Persönlichkeiten mit langen Ohren. Und das sind die Esel. Und da dachte ich, das könnte ich doch mal machen. Meine Frau ist Giraffe. Die Kinder sind Erdmännchen, die kommen bei Saint-Saëns nicht vor. Und dann haben wir noch einen Tiger und dann haben wir noch einen Bären. Dieser Vielfalt an Kostümideen wollten die Besucher des Kinderfaschings natürlich nicht nachstehen. Und so sah man neben kleinen Leoparden, Katzen und Hasen auch Schneewittchen und Prinzessinnen umher tollen. Im Lichthof war ein kleines Faschingsbuffet aufgebaut, wo sich die kleinen Narren in den Tanzpausen stärken konnten. Neben Bewegungsspielen wie dem Schildkröten-Konkong gab es die Möglichkeit, einzelne Tiere des Saint-Saënschen Karnevals in Papierfalttechnik zu basteln und mit nach Hause zu nehmen. Für jede Menge Spaß und Abwechslung war also gesorgt am Rosenmontag im Schumannhaus. Schon jetzt darf man gespannt sein auf das neue Kostüm, mit dem Thomas Sinowczyk die Besucher im kommenden Jahr begrüßen wird.